Wir kommen jetzt zum letzten Tanz von der Manage-Trachtengruppe in München. Und es ist etwas Besonderes von uns, den Heimdruck-Tanz zu werfen, zumal uns Peter Schweininger den Tanz von der Deutsche Manage-Jugend-Trachtengruppe in Deutschland fotografiert hat. Und wir hoffen, wir können zufriedenstellen von Peter, den Tanzteint präsentieren, einfach weit. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.